Das Sparrow Diadem Holmes, sagte ich, als ich eines Morgens am Erkerfenster stand und auf die Straße hinuntersah, da kommt ein Verrückter. Unglaublich, dass seine Verwandten so einen Menschen allein umherlaufen lassen. Mein Freund erhob sich träge aus seinem Sessel und trat, die Hände tief in den Taschen deines Morgenrocks vergraben, hinter mich, um mir über die Schulter zu sehen. Es war ein klarer, frischer Februarmorgen. Der Schnee des Vortags bedeckte den Boden und glänzte hell in der Wintersonne. In der Mitte der Baker Street hatte ihn der anhaltende Verkehr bereits in eine unansehnliche braune Masse verwandelt. Zu beiden Seiten dagegen lag er noch so weiß, wie er gefallen war. Das graue Pflaster dazwischen war, obwohl gekehrt und gesäubert, noch gefährlich glatt und vielleicht waren deshalb weniger Passanten zu sehen als üblich. Tatsächlich war der Herr, dessen sonderbares Benehmen meine Aufmerksamkeit erregt hatte, sogar der einzige Fußgänger, der aus Richtung der Metropolitan Station die Straße heraufkam. Es war ein Mann in den Fünfzigern, groß und stattlich, eine imposante Erscheinung mit breitem, scharf geschnittenem Gesicht. Er trug dezente, aber durchaus kostbare Kleidung. Sein Benehmen jedoch stand in völligem Gegensatz zu seiner Erscheinung. Denn er lief schnell, als befände er sich in großer Eile und machte dabei von Zeit zu Zeit einen kleinen Luftsprung. Dabei fuhr er mit den Händen in der Luft umher, wackelte mit dem Kopf und verzog sein Gesicht zu den erstaunlichsten Grimassen. Was mag nun mit ihm los sein? Er schaut an allen Häusern hinauf, gerade so als suche er eine bestimmte Hausnummer. Ich glaube, er will zu uns. Zu uns? Jawohl. Ich nehme an, er beabsichtigt, mich zurate zu ziehen. Ha, was habe ich gesagt? Der Mann war pustend und schnaubend auf unsere Haustür losgestürzt und kurz darauf läutete er Sturm, bis das ganze Haus davon wiederhalte. Holmes, sagte ich, als ich eines Morgens am Erkerfenster stand und auf die Straße hinuntersah, da kommt ein Verrückter. Unglaublich, dass seine Verwandten so einen Menschen allein umherlaufen lassen. Mein Freund erhob sich träge aus seinem Sessel und trat, die Hände tief in den Taschen seines Morgenrocks vergraben, hinter mich, um mir über die Schulter zu sehen. Es war ein klarer, frischer Februarmorgen. Der Schnee des Vortags bedeckte den Boden und glänzte hell in der Wintersonne. In der Mitte der Baker Street hatte ihn der anhaltende Verkehr bereits in eine unansehnliche braune Masse verwandelt. Zu beiden Seiten dagegen lag er noch so weiß, wie er gefallen war. Das graue Pflaster dazwischen war, obwohl gekehrt und gesäubert, noch gefährlich glatt und vielleicht waren deshalb weniger Passanten zu sehen als üblich. Tatsächlich war der Herr, dessen sonderbares Benehmen meine Aufmerksamkeit erregt hatte, sogar der einzige Fußgänger, der aus Richtung der Metropolitan Station die Straße heraufkam. Es war ein Mann in den 50ern, groß und stattlich. Eine imposante Erscheinung mit breitem, scharf geschnittenem Gesicht. Er trug dezente, aber durchaus kostbare Kleidung. Sein Benehmen jedoch stand in völligem Gegensatz zu seiner Erscheinung. Denn er lief schnell, als befände er sich in großer Eile und machte dabei von Zeit zu Zeit einen kleinen Luftsprung. Dabei fuhr er mit den Händen in der Luft umher, wackelte mit dem Kopf und verzog sein Gesicht zu den erstaunlichsten Grimassen. Was mag nun mit ihm los sein? Er schaut an allen Häusern hinauf, gerade so als suche er eine bestimmte Hausnummer. Ich glaube, er will zu uns. Zu uns? Jawohl. Ich nehme an, er beabsichtigt, mich zurate zu ziehen. Ha, was habe ich gesagt? Der Mann war pustend und schnaubend auf unsere Haustür losgestürzt und kurz darauf läutete er Sturm, bis das ganze Haus davon wiederhalte. Sie werden wissen, dass es im Bankgeschäft sowohl auf lohnende Anlagen als auch auf die regelmäßige Werbung neuer Kunden ankommt. Zu den einträglichsten Geldanlagen gehört die Gewährung von Darlehen gegen Hinterlegung einer Sicherheit. Wir haben in den letzten Jahren zahlreichen Familien erhebliche Summen auf ihre Gemäldesammlungen, Bibliotheken oder ihr Silberzeug vorgestreckt. Gestern früh saß ich in meinem Büro, als mir einer der Angestellten unseres Bankhauses eine Visitenkarte überbrachte. Wie ich den Namen las, war ich überrascht, denn es war niemand anderes als... Doch es ist wohl besser, wenn ich nur sage, dass er jedermann bekannt ist. Es dürfte sich um einen der vornehmsten Namen Englands handeln. Überwältigt von der Ehre suchte ich noch nach den rechten Worten, als er bereits sein Anliegen vorbrachte. Es schien fast so, als könne er es kaum erwarten, sich einer unangenehmen Aufgabe zu entledigen. Ich habe gehört, dass Sie Geld verleihen. Allerdings nur gegen ordentliche Sicherheiten. Ich brauche dringend 50.000 Pfund. Natürlich könnte ich diese Summe sofort bei einem Bekannten borgen, aber ich ziehe es vor, diese Sache geschäftsmäßig zu erledigen. Bei einer Stellung wie der Meinen ist es nicht klug, private Verpflichtungen einzugehen. Wann wären Sie in der Lage, den Betrag zurückzuzahlen, wenn ich fragen darf? Nächsten Montag wird eine stattliche Summe fällig. Dann werde ich meine Schulden begleichen, samt Ihrer Zinsen selbstverständlich. Mir ist vor allem daran gelegen, das Geld sogleich in die Hand zu bekommen. Nun ja, ich würde Ihnen sehr gerne die Summe aus meiner eigenen Tasche vorstrecken, aber leider verfüge ich nicht über derartig viel Geld. Und tue ich es im Namen der Firma, so muss ich selbst Ihnen gegenüber auf der Beachtung aller geschäftsmäßigen Regeln bestehen. Ich bitte sogar darum. Er nahm ein viereckiges Etui aus schwarzem Leder zur Hand, das er neben seinen Stuhl gelegt hatte. Sie haben ohne Zweifel schon vom Barrel-Diadem gehört? Eines der kostbarsten Stücke des Empires. So ist es. Er öffnete das Etui und darin lag, in fleischfarbenen Samt gebettet, das herrliche Schmuckstück. Es enthält 39 Barrel von außerordentlicher Größe. Der Wert des Diadems beläuft sich auf mehr als das Doppelte der Summe, die ich verlangt habe. Ich bin bereit, Ihnen das Stück als Sicherheit zu überlassen. Er reichte mir das Etui. Verwirrt blickte ich erst auf dessen kostbaren Inhalt und dann auf meinen hohen Besuch. Sie zweifeln am Wert des Schmucks? Durchaus nicht. Ich bezweifle nur... Meine Befugnis zur Verpfändung desselben. Seien Sie unbesorgt. Ich würde nicht im Traum daran denken, es zu verpfänden. Hätte ich nicht die unumstößliche Gewissheit, es binnen vier Tagen wieder auslösen zu können. Es ist eine reine Formsache. Genügt die Sicherheit? Bei weitem. Ich verlasse mich darauf, dass Sie nicht nur verschwiegen sind, sondern vor allem, dass Sie dieses Stück mit jeder nur erdenklichen Vorsicht aufbewahren. Schon die geringste Beschädigung würde einen öffentlichen Skandal nach sich ziehen. Ich sah, dass mein Besuch möglichst rasch wieder gehen wollte. So sagte ich weiter nichts, sondern wies meinen Kassierer an, dem Herrn 50.000 Pfundnoten auszuzahlen. Und was taten Sie mit dem Diadem? Legten Sie es in den bankeigenen Safe? Nein, Mr. Holmes, das tat ich nicht. Ich beschloss, es mit mir zu nehmen. Ja. Warum? Nun, ich fand es äußerst riskant, einen so kostbaren Gegenstand im Büro zurückzulassen. Sie nahmen das Schmuckstück also mit nach Hause. Und dort? Was taten Sie dort damit? Während der ganzen Fahrt hielt ich es fest umklammert. Erst als ich es in meinen Schreibtisch oben in meinem Ankleidezimmer eingeschlossen hatte, atmete ich wieder frei. Wie viele Personen umfasst Ihr Hauswesen? Also, der Stahlbursche und der Hausbursche schlafen außerhalb des Hauses. Meine drei Dienstmädchen sind sämtlich schon seit Jahren bei mir und ihre Zuverlässigkeit ist über jeden Zweifel erhaben. Dann ist da noch unser Gamma-Mädchen, Lucy Parr. Sie ist erst seit wenigen Monaten in unseren Diensten. Sie brachte jedoch ein ausgezeichnetes Zeugnis mit und ich war stets zufrieden mit ihr. Sie ist sehr hübsch und hat viele Verehrer, die gelegentlich auf unserem Anwesen herumschlichen. Das ist aber das Einzige, was wir an ihr beanstanden könnten. Ich halte sie für ein durch und durch braves Mädchen. So, tun Sie das. Welche Familienmitglieder leben außer Ihnen noch im Haus? Meine Familie ist klein. Ich bin Witwer und habe nur einen einzigen Sohn namens Arthur. Der Junge ist eine große Enttäuschung, Mr. Holmes, woran ich wohl nicht schuldlos bin. Als ich meine Frau verlor, übertrug ich meine ganze Liebe auf ihn. Ich habe ihm nie einen Wunsch abgeschlagen. So. Vielleicht wäre es für uns beide besser gewesen. Ich hätte etwas mehr Strenge gezeigt. Aber dafür ist es nun zu spät. Natürlich hatte ich vor, ihn zu meinem Nachfolger heranzubilden. Aber er zeigte so gar kein Interesse für den Beruf des Bankbeamten. Er war unbeständig und launisch. Und, um die Wahrheit zu sagen, ich hätte ihm keine größere Geldsumme anvertrauen mögen. In seiner Jugend trat er einem aristokratischen Club bei. Er verstand es bald meisterhaft, sein Geld im Kartenspiel und auf dem Rennplatz zu verlieren. Immer öfter lieh er sich beachtliche Summen bei mir, um seine Schulden begleichen zu können. So, so. Mehr als einmal versuchte er, sich von dieser gefährlichen Gesellschaft loszusagen. Aber seinem Freund, Sir George Burnwell, gelang es jedes Mal, ihn wieder in diesen Kreis hineinzuziehen. Er ist deutlich älter als Arthur, ein vollenderter Gentleman, der schon überall war und alles gesehen hat. Ein glänzender Redner und ein auffallend schöner Mensch. Und doch, ich traue ihm nicht über den Weg. Derselben Meinung ist übrigens meine Nichte Mary, die einzige Person, von der ich Ihnen noch nicht berichtet habe. Und? Als mein Bruder vor fünf Jahren starb und sie allein dastand, nahm ich sie an Kindesstadt an und betrachte sie seitdem als meine Tochter. Sie ist ein Sonnenstrahl für mein Haus. Freundlich, liebevoll und wunderschön. Sie leitet das ganze Hauswesen. Sie ist sozusagen meine rechte Hand. Ich weiß nicht, was ich ohne sie anfangen sollte. Nur in einem einzigen Punkt ist sie meinen Wünschen nicht entgegengekommen. Zweimal hat mein Junge um ihre Hand angehalten, denn er liebt sie aufrichtig. Aber beide Male hat sie ihn abgewiesen. Ich glaubte, sie allein wäre imstande gewesen, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Aber nun, nun ist es eh zu spät, Mr. Holmes. Somit kommen wir wohl endlich zum Kern der Sache. Gehe ich recht in der Annahme, dass das Beryl-Diadem gestohlen wurde? Nicht ganz. Aber lassen Sie mich mit meinem Bericht fortfahren. Beim Café nach dem Essen im Wohnzimmer teilte ich Arthur und Mary mit, welch einen kostbaren Schatz wir unter unserem Dache hatten. Ich verschwieg lediglich den Namen meines Klienten. Lucy Parr war nicht mehr im Zimmer. Das weiß ich sicher. Ob jedoch die Türe geschlossen war, kann ich nicht sagen. Mary und Arthur interessierten sich sehr für die Sache und hätten das berühmte Schmuckstück gerne gesehen. Aber ich dachte, es sei besser, es an seinem Platz zu lassen. Wo hast du es aufgehoben? In meinem Schreibtisch. Wollen wir hoffen, dass heute Nacht nicht eingebrochen wird? Der Schreibtisch ist fest verschlossen. Auf den passt doch jeder alte Schlüssel. Als kleiner Junge habe ich ihn oft mit dem Schlüssel zum Buffet aufgemacht. Sag mal, kannst du mir 200 Pfund leihen? Nein, das kann ich nicht. Ich bin in Geldsachen schon viel zu nachsüchtig gewesen. Aber ich muss die Summe haben. Sonst kann ich mich nie wieder im Club blicken lassen. Das wäre ja ein wahres Glück. Aber ich muss das Geld haben. Mein gesellschaftlicher Ruf wäre ruiniert. Und das kannst du nicht wollen, Vater. Ich war sehr aufgebracht. Denn das war das dritte Mal in einem Monat, dass er mich um Geld anging. Keinen Penny bekommst du von mir. Darauf verließ er wortlos das Zimmer. Als ich kurze Zeit später allein war, öffnete ich den Schreibtisch und überzeugte mich, dass sich mein Schatz noch an seinem Platz befand. Dann schloss ich wieder ab. Anschließend machte ich noch einen Gang durch das Haus, um nachzusehen, ob alles verwahrt sei. Unten an der Treppe angelangt, sah ich Mary am Seitenfenster des Hausgangs, das sie eilig verriegelte, als ich näher trat. Sag mal, hast du Lucy heute Abend Ausgang gegeben? Natürlich nicht. Aber sie ist soeben zur Hintertür hereingekommen. Ich bin mir sicher, dass sie am Seitenturm mit jemandem gesprochen hat. Das mag ja nichts zu bedeuten haben. Aber wir sollten doch gerade jetzt, da der Schmuck im Hause ist, sehr vorsichtig sein. Ich werde sie morgen früh zur Rede stellen. Hast du dich überzeugt, dass alles gut verschlossen ist? Ja. Dann geh jetzt zu Bitt. Ich gab ihr einen Kuss und ging wieder in mein Schlafzimmer hinauf, wo ich bald einschlief. Ich hoffe, meine Ausführungen sind ausführlich genug, Mr. Holmes. Ihre Darstellung ist ausnehmend klar. Wenn Sie nun bitte von jenem anfangs erwähnten Unglück berichten würden. Aber selbstverständlich. Gegen zwei Uhr morgens erwachte ich von einem Geräusch. Es klang, als wäre irgendwo im Haus ein Fenster geschlossen worden. Voll Spannung horchend lag ich da. Plötzlich vernahm ich deutliche Schritte im Nebenzimmer. Bebend vor Angst schlüpfte ich aus dem Bett und spähte vorsichtig durch die Tür. Arthur! Du elender, du Dieb! Mein unseliger Junge, nur mit Hemd und Hosen bekleidet, stand neben dem Schreibtisch das Schmuckstück in der Hand. Es sah aus, als ziehe er daran oder würde versuchen, es mit aller Kraft zu verbiegen. Als er mich erblickte, ließ er das dir dem fallen. Ich hob es auf und betrachtete es. Eine der goldenen Ecken mit drei Bärrillen fehlte. Du Lump, du hast es zerbrochen. Wo sind die Steine, die du gestohlen hast? Gestohlen? Jawohl, du Dieb! Nichts habe ich gestohlen. Es fehlt keiner. Es kann keiner fehlen. Es fehlen drei. Und du weißt, wo sie sind. Reicht es nicht, dass du ein Dieb bist? Muss ich dich auch noch einen Lügner heißen? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie du noch ein Stück davon abbrechen wolltest. Ich höre mir das nicht länger an. Ich verlasse dein Haus. Gleich morgen früh. Und ich werde die Polizei informieren. Dort wird man Fragen an dich haben. Von mir werdet ihr gar nichts erfahren. Inzwischen war das ganze Haus in Aufruhr. Denn ich war in meiner Erregung sehr laut geworden. Mary war diejenige, die zuerst angelaufen kam. Sie erfasste die Situation sogleich und brach mit einem lauten Schrei zusammen. Ich schickte das Hausmädchen fort, um die Polizei zu unterrichten. Als der Inspektor mit einem Schutzmann eintraf, nahm dieser die Durchsuchung der Kleider meines Sohnes vor. Doch er hatte die fehlenden Steine nicht bei sich. Daraufhin wurden zunächst mein Büro und anschließend das gesamte Haus durchkämmt. Aber es war zwecklos. Und aus dem nichtsnutzigen Burschen war weder durch Überredung noch durch Drohung auch nur eine Silbe herauszubringen. Heute früh wurde er in Gewahrsam genommen. Und nach Erledigung der polizeilichen Formalitäten bin ich sofort hierher geeilt, um sie zu bitten, all ihren Scharfsinn in die Aufklärung dieser Angelegenheit zu setzen. Mein Gott, was soll ich bloß tun? In einer Nacht habe ich meine Ehre, die Juwelen und meinen Sohn verloren. Holmes saß einige Minuten lang schweigend da, die Stirn gerunzelt, den Blick auf das Feuer geheftet. Dann fragte er... Geben Sie in Ihrem Haus oft Gesellschaften? Nein, ich bekomme selten Besuch. Sir George Burnwell war in letzter Zeit mehrmals da. Ja, sonst niemand. Gehen Sie viel aus? Arthur schon. Mary und ich bleiben meist zu Hause. Wir machen uns nichts daraus. Das ist auffallend bei einem jungen Mädchen. Sie haben recht. Sie hat ein ruhiges, anspruchsloses Wesen. Außerdem ist sie gar nicht mehr so jung. Sie ist 24. Der Vorfall, den Sie uns soeben geschildert haben, war anscheinend auch für Sie ein schwerer Schock. Er hat sie sogar noch mehr getroffen als mich. Und keiner von Ihnen hegt einen Zweifel an der Schuld Ihres Sohnes? Nein. Ich selbst habe ihn doch gesehen. Er stand vor mir, mit dem Schmuck in der Hand. Ich vermag dies kaum als einen zwingenden Beweis anzusehen. War der Rest des Diadems ebenfalls beschädigt? Ja. Es war ganz und gar verbrochen. Könnte es nicht sein, dass Ihr Sohn versucht hat, es wieder zurechtzubiegen? Gott segne Sie, Mr. Holmes. Sie versuchen wahrlich, mir Hoffnung zu schenken. Aber ich kann das nicht glauben. Was hatte er denn überhaupt dort zu schaffen? Und wenn er nichts Unehrenhaftes im Sinn hatte, warum sagt er es nicht? Aber wenn er schuldig war, warum brachte er nicht eine Lüge vor? Sein Schweigen lässt durchaus verschiedene Schlussfolgerungen zu. Was hält die Polizei denn von dem Geräusch, das sie aufweckte? Der zuständige Inspektor meinte, es wäre durch das Schließen von Arthurs Schlafzimmertür verursacht worden. Natürlich. Als ob ein Mensch, der sich zur Ausführung eines Verbrechens anschickt, seine Tür laut zuschlägt, um dadurch das ganze Haus zu wecken. Und was meinten Sie zum Verschwinden der Steine? Sie untersuchen noch immer die Fußböden und das Mobiliar, in der Hoffnung, sie zu finden. Hat man daran gedacht, sich auch außerhalb des Hauses umzusehen? Jawohl. Die Polizei betreibt die Sache mit großem Eifer. Der ganze Garten ist bereits gründlich abgesucht worden. Sie werden inzwischen selbst erkannt haben, dass diese Sache viel verzwickter ist, als es den Anschein hat. Sie nehmen an, ihr Sohn sei aus seiner Stube heruntergekommen, habe ihr Ankleidezimmer betreten und ihren Schreibtisch geöffnet. Dann habe er den Schmuck herausgenommen, an diesem ein Stück abgebrochen und sich damit an eine andere Stelle ihres Hauses begeben, um dort drei der Steine so gut zu verstecken, dass kein Mensch sie zu finden imstande ist. Zu guter Letzt sei er dann mit den übrigen 36 in das Zimmer zurückgekommen, wo er der allergrößten Gefahr ausgesetzt war, entdeckt zu werden. Nun frage ich Sie, ist diese Theorie haltbar? Ja, haben Sie denn eine andere? Warum erklärt er denn nicht, was wirklich vorgefallen ist? Das herauszufinden ist unsere Aufgabe. Wenn es Ihnen recht ist, Mr. Holder, so wollen wir jetzt alle zusammen nach Stratham fahren, um uns die Sache ein wenig genauer anzusehen. Mein Freund bestand auf meiner Begleitung und ich erklärte mich sofort bereit dazu, denn die Geschichte hatte meine Neugierde geweckt. Ich gestehe, dass mir die Schuld des jungen Mannes ebenso offensichtlich erschien wie seinem unglücklichen Vater, aber dennoch hatte ich solches Vertrauen in Holmes' Fähigkeiten, dass ich fest davon überzeugt war, die Sache stehe noch nicht hoffnungslos, solange er sich mit der vorliegenden Erklärung nicht zufrieden gab. Unterwegs sprach Holmes kaum ein Wort. Vielmehr saß er, das Kinn auf die Brust gesenkt und den Hut über die Augen gedrückt, in tiefstes Nachdenken versunken da. Der Bankier hingegen war angesichts des schwachen Hoffnungsschimmers, den Holmes ihm aufgezeigt hatte, frohen Mutes. Und so verwickelte er mich in eine zwanglose Plauderei über seine Geschäftsangelegenheiten. Nach kurzer Eisenbahnfahrt und einem noch kürzeren Fußmarsch erreichten wir Fairbank, den bescheidenen Wohnsitz des reichen Finanzmannes. Es war ein stattliches, viereckiges Gebäude aus weißem Stein, das etwas hinter der übrigen Häuserzeile zurückstand. Eine doppelte Wagenauffahrt sowie ein weitläufiger, schneebedeckter Platz, der gegen die Straße durch zwei große Tore abgegrenzt war, erstreckten sich vor dem Gebäude. Rechts davon befand sich ein kleines, dichtes Gehölz, durch das man zu einem schmalen Weg gelangte, der, von zwei akkurat geschnittenen Hecken flankiert, zur Küche führte. Dabei musste es sich um den Lieferanteneingang handeln. Linkerhand zog sich eine Gasse hin, durch die man zu den Stellen kam. Diese diente wohl außerdem als öffentlich genutzter Durchgang. Holmes ließ uns an der Haustür stehen und ging langsam um das ganze Haus herum. Anschließend lief er den Lieferantenpfad entlang und natürlich inspizierte er auch die rückwärtige Gasse zu den Stellen. Dies nahm so viel Zeit in Anspruch, dass Mr. Holder mit mir unterdessen ins Speisezimmer ging, wo wir am Feuer auf ihn warteten. Einige Minuten saßen wir schweigend beisammen, als urplötzlich die Tür aufging und eine junge Dame eintrat. Sie war mittelgroß, schlank, hatte tiefschwarzes Haar und fast eben solche Augen, die aufgrund der vollkommenen Blässe ihrer Haut noch dunkler wirkten. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor solche Leichenblässe auf dem Antlitz einer Frau gesehen habe. Selbst ihre Lippen wirkten blutlos. Dagegen erschienen mir ihre Augen vom Weinen gerötet. Wie sie so schweigend ins Zimmer glitt, machte sie auf mich einen noch kummervolleren Eindruck als der Bankier am Morgen. An ihr war dies jedoch umso auffälliger, da sie offensichtlich einen starken Charakter und eine außerordentliche Fähigkeit der Selbstbeherrschung besaß. Sie ignorierte meine Anwesenheit, ging geradewegs auf ihren Onkel zu und strich ihm sanft und zärtlich über die Wangen. Du hast doch sicher angeordnet, dass Arthur wieder freigelassen wird, nicht wahr, Vater? Nein, mein Kind. Erst muss die Sache gründlich untersucht werden. Aber ich weiß, dass er unschuldig ist. Mein Gefühl täuscht mich nicht. Es wird dir noch leid tun, dass du so hart zu ihm warst. Warum schweigt er dann, wenn er unschuldig ist? Wer kann das wissen? Vielleicht, weil er verärgert darüber ist, dass du ihn verdächtigst? Er hielt den Schmuck in der Hand. Wen sonst sollte ich verdächtigen? Ach, er hatte ihn doch nur aufgehoben, um ihn anzusehen. Glaube mir, er ist unschuldig. Lass die Sache auf sich beruhen. Ich werde die Sache nicht ruhen lassen, bis die Steine gefunden sind. Niemals, Mary. Deine Zuneigung macht dich blind für die furchtbaren Folgen, die die Angelegenheit für mich hat. Ich werde sie keineswegs vertuschen. Im Gegenteil. Ich habe einen Gentleman aus London mitgebracht, der sich noch eingehender damit befassen soll. Diesen Herrn? Nein, seinen Freund. Er wollte, dass wir ihn allein lassen. Er ist drüben, bei den Stellen. Bei den Stellen? Was hofft er dort zu finden? Ach, das ist er vermutlich. Ich bete zu Gott, Sir, dass es Ihnen gelingt, die Unschuld meines Vaters Arthur nachzuweisen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nichts mit der Sache zu tun hat. Ich teile Ihre Anschauung voll und ganz und bin mir sicher, dass wir den Beweis dafür erbringen werden. Ich habe wohl die Ehre, mit Fräulein Mary Holder zu sprechen. Durfte ich Ihnen vielleicht eine oder zwei Fragen stellen? Gewiss, wenn es hilft, diese schreckliche Sache aufzuklären. Sie selbst haben vergangene Nacht nichts gehört? Nein. Nichts, bis mein Onkel laut zu sprechen anfing. Das habe ich gehört und daraufhin kam ich herunter. Soweit ich weiß, haben Sie am Abend zu früh die Fenster und Türen verschlossen. Haben Sie sämtliche Fenster verriegelt? Selbstverständlich. So wie ich es immer tue. Waren Sie heute früh noch alle fest verschlossen? Gewiss. Ich nehme an, eines Ihrer Dienstmädchen hat einen Liebhaber. Sie haben gestern Ihrem Onkel gegenüber bemerkt, dass sie das Haus verlassen hätte, um sich mit jemandem zu treffen. Jawohl. Und sie war es auch, die uns im Speisezimmer bedient hat und dabei vielleicht Onkels Äußerung über den Schmuck gehört haben könnte. Aha. Sie vermuten demnach, sie habe dies Ihrem Liebhaber mitgeteilt und daraufhin haben die beiden den Diebstahl verabredet. Aber was sollen denn diese wagen Vermutungen? Wenn ich Ihnen doch sage, dass Arthur den Schmuck in der Hand hatte. Mit Geduld, Mr. Holder. Auf diesen Punkt werden wir später zu sprechen kommen. Was dieses Mädchen anbelangt, Miss Holder, Sie haben gesehen, wie es wieder zur Küchentür hereinkam, nicht wahr? So war es, ja. Als ich eben nachsehen wollte, ob die Türe gut geschlossen sei, schlüpfte sie herein. Ich habe auch den Mann draußen im Dunkeln gesehen, ganz deutlich. Kennen Sie ihn? Oh, freilich. Es ist der Händler, der uns das Gemüse liefert. Er heißt Francis Prosper. Er stand links von der Tür, etwas weiter unten an der Hecke? Allerdings. Und er hat ein Holzbein? Sie sind ja ein wahrer Hexenmeister. Woher wissen Sie das? Ich würde nun gerne nach oben gehen. Nachher werde ich voraussichtlich noch einmal eine Runde ums Haus machen müssen. Moment, vielleicht sollte ich mir die Fenster im Erdgeschoss ansehen, bevor ich hinaufgehe. Rasch ging er von einem zum anderen. Nur bei dem großen Fenster, das von der Diele auf die Gasse bei den Stellen hinaus sah, hielt er sich länger auf. Er öffnete es und untersuchte die Fensterbank mit seiner Lupe. Jetzt wollen wir hinaufgehen. Das Ankleidezimmer des Bankiers war ein einfach ausgestatteter kleiner Raum mit grauem Teppich, einem großen Sekretär und einem hohen Spiegel. Holmes ging zügig auf den Schreibtisch zu und unterzog das Schloss einer genauen Untersuchung. Mit welchem Schlüssel ist es geöffnet worden? Mit dem Buffetschlüssel, so wie es mein Sohn selbst angekündigt hat. Haben Sie ihn hier? Er liegt dort auf der Kommode. Holmes nahm ihn und schloss den Schreibtisch damit auf. Tja, er schließt lautlos. Davon konnten sie nicht aufwachen. In diesem Etui hier befindet sich wohl der Schmuck. Wir müssen einen Blick darauf werfen. Er öffnete das Etui, nahm den Schmuck heraus und legte ihn auf den Tisch. Es war ein Prachtstück der Goldschmiedekunst und die 36 Steine waren die schönsten, die ich je gesehen hatte. An dem einen Ende war eine verbobene, zackige Kante zu sehen, wo ein Eckstück mit drei Steinen abgebrochen worden war. Nun, Mr. Holder, wir wollen jetzt versuchen, eine der anderen Zacken abzubrechen, wenn ich Sie bitten dürfte, das vorzunehmen. Nicht einmal im Traum würde ich das wagen. Na gut, dann will ich es tun. Holmes drückte und zog mit aller Kraft, jedoch ohne Erfolg. Ich fühle, dass es ein wenig nachgibt. Aber obwohl ich außerordentlich starke Finger habe, würde ich doch sehr lange brauchen, um ein Stück abzubrechen. Ein gewöhnlicher Mensch wäre dazu gar nicht imstande. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es ist mir völlig rätselhaft. Was halten Sie von unserem Versuch, Miss Holder? Ich muss gestehen, ich werde daraus auch nicht schlau, Mr. Holmes. Ach ja? Glauben Sie mir, in Kürze wird das Bild klarer werden. Ihr Sohn trug keine Schuhe oder Pantoffeln, als Sie ihn überraschten? Nein, nichts als Hosen und Hemd. Danke. Wir sind bei dieser Untersuchung durch außerordentliches Glück begünstigt worden und es wird lediglich unsere eigene Schuld sein, wenn es uns nicht gelingt, die Sache aufzuklären. Wenn Sie erlauben, Mr. Holder, werde ich jetzt meine Nachforschungen im Freien fortsetzen. Wir ließen ihn dabei wiederum allein, denn er erklärte, alle unnötigen Fußspuren würden ihm seine Aufgabe nur zusätzlich erschweren. Eine Stunde oder länger befasste er sich damit und als er endlich zurückkehrte, waren seine Füße schwer von Schnee und sein Gesichtsausdruck verschlossen wie eh und je. Ich habe, glaube ich, jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt, Mr. Holder. Ich kann nun am besten helfen, wenn ich wieder in die Baker Street zurückkehre. Aber die Steine, Mr. Holmes, wo sind die? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind verloren! Ich sehe Sie nie wieder. Und mein Sohn? Können Sie mir Hoffnung geben? Meine Meinung hierzu hat sich nicht geändert. Wenn Sie mich morgen Vormittag zwischen neun und zehn Uhr in meiner Wohnung besuchen, so werde ich Ihnen wohl alles erklären können. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um die Steine wieder zu beschaffen. Aber ich verlange carte blanche. Ich muss in der Lage sein, alles zu tun und jede Summe einzusetzen, die ich benötige. Ich gebe mein ganzes Vermögen, um die Steine wieder zu erlangen. Gut. Ich werde mich der Sache annehmen. Leben Sie wohl. Aber es kann durchaus sein, dass ich vor dem Abend noch einmal herkommen muss. Ich wusste, dass mein Freund in diesem Fall bereits zu einer endgültigen Meinung gelangt war. Welche Schlüsse er jedoch gezogen hatte, konnte ich nicht nachvollziehen. Während unserer Heimfahrt versuchte ich mehrmals vergeblich, ihn darüber auszuhorchen. Er entglitt mir jedoch stets und schaffte es, das Gespräch immer wieder auf ein anderes Thema zu lenken, sodass ich schließlich entnervt aufgab. Es war kurz vor drei Uhr, als wir in der Baker Street eintrafen. Er eilte auf sein Zimmer. Bereits wenige Minuten später erschien er erneut in unserem gemeinsamen Wohnraum, jedoch diesmal in der Verkleidung eines Landstreichers. Mit seinem aufgeschlagenen Kragen, dem ausgewaschenen Rock, einem roten Haltstuch und abgetragenen Stiefeln war er ein vollendetes Exemplar dieser Gattung. Ich denke, so wird es gehen. Ich wünschte, Sie könnten mich begleiten, Watson, aber ich fürchte, dies ist nicht durchführbar. Jedenfalls werde ich bald wissen, ob ich auf der richtigen Spur bin oder bloß einem Irrlicht nachjage. In ein paar Stunden bin ich zurück. Er schnitt eine Scheibe Rindfleisch von dem fürs Abendessen vorgesehenen Bratenstück und schob es zwischen zwei eilens abgeschnittene Brotkanten. Mit diesem groben Mahl in der Tasche verließ er unsere Räumlichkeiten. Ich hatte eben meinen Tee getrunken, als er schon wieder eintraf. Er war bester Laune. Er wedelte mit einem alten Stiefel vor meiner Nase herum und warf ihn darauf kurzerhand in eine Ecke des Zimmers. Ich schaue nur kurz im Vorbeigehen herein. Ich muss so gleich weiter. Wohin? Zur anderen Seite des Westends. Es kann eine Weile dauern. Warten Sie bitte nicht auf mich. Wie kommen Sie voran? Euch kann ich klagen. Ich war erneut in Stratham, habe aber nicht vorgesprochen. Ein nettes kleines Problem, das muss ich zugeben. Wenn Sie das sagen. Aber ich habe keine Zeit, länger zu plaudern. Ich muss diese unvorteilhaften Kleider loswerden und mich wieder in einen ehrenwerten Bürger Londons verwandeln. Seinem Verhalten konnte ich entnehmen, dass er mehr Grund zur Befriedigung hatte, als seine Äußerungen erraten ließen. Seine Augen leuchteten und auf seinen blassen Wangen zeigte sich sogar eine Spur von Farbe. Rasch ging er nach oben und schon nach wenigen Minuten hörte ich am Zuschlagen der Haustür, dass er sich bereits wieder an die Verfolgung des Zieles gemacht hatte. Ich wartete bis Mitternacht, aber er kam nicht, sodass ich mich auf mein Zimmer zurückzog. Es geschah nicht selten, dass er ganze Tage und Nächte ausblieb, wenn er eine Spur verfolgte. So war sein Ausbleiben keine Überraschung für mich. Wann er heimkam, weiß ich nicht. Aber als ich am Morgen zum Frühstück hinunterging, saß er schon mit einer Kaffeetasse in der einen Hand und einer Zeitung in der anderen, frisch und vollständig angekleidet am Tisch. Entschuldigen Sie, dass ich nicht gewartet habe, Watson, aber Sie wissen ja, dass unser Klient heute zu früher Stunde vorsprechen wird. Das macht nichts, Holmes. Es ist ja auch schon nach neun. Na, es würde mich nicht wundern, wenn er das bereits wäre. Und tatsächlich führte Mrs. Hudson nur wenige Sekunden später unseren Klienten herein. Ein Mr. Holder für Sie. Er sah schlecht und eingefallen aus. Sein Haar erschien mir über Nacht noch eine Nuance weißer geworden zu sein. Er ließ sich schwer in den Lehnstuhl fallen, den ich ihm hinschob. Oh, mit habe ich das nur verdient. Noch vor zwei Tagen war ich ein glücklicher, wohlhabender Mann und ohne die geringste Sorge. Und nun, ein Schlag folgt dem anderen. Was ist passiert? Meine Nichte Mary hat mich verlassen. Sie verlassen? Jawohl. Heute früh fand ich ihr Bett unberührt. Ihr Zimmer leer und auf dem Tisch im Salon lag ein Brief an mich. Liebster Onkel, schreibt sie. Ich sehe ein, dass ich dich betrübt habe und dass, wenn ich anders gehandelt hätte, dieses schreckliche Missverständnis vielleicht niemals eingetreten wäre. Mit diesem Gefühl im Herzen kann ich unter deinem Dache nicht wieder glücklich werden und muss dich daher verlassen. Mach dir bitte keine Sorgen um meine Zukunft, denn dafür ist gesorgt. Und vor allem, suche nicht nach mir. Es wäre vergebliche Mühe und mir ein schlechter Dienst. Im Leben wie in Tode verbleibe ich stets. Deine dich liebende Mary. Was hat das zu bedeuten, Mr. Holmes? Glauben Sie, dass er auf Selbstmord hindeutet? Nein, nein, kein Gedanke daran. Diese Lösung ist vielleicht sogar die beste. Ich glaube, Mr. Holder, das Ende Ihres Kummers ist in Sicht. Wie bitte? Dann haben Sie etwas erreicht, Mr. Holmes. Sie haben die Steine gefunden. Würden Ihnen tausend Pfund pro Stück zu hoch erscheinen? Ich kämme das zehnfache dafür. Das brauchen Sie nicht. Dreitausend Pfund genügen. Wobei, eine kleine Belohnung vielleicht noch als Zugabe. Haben Sie Ihr Scheckbuch bei sich? Hier ist eine Feder. Schreiben Sie also besser viertausend Pfund. Mit verdutzter Miene stellte der Bankier den verlangten Scheck aus. Holmes ging an sein Schreibpult, nahm ein kleines dreieckiges Stück Gold heraus, an dem sich drei Steine befanden und legte es auf den Tisch. Der Bankier stieß einen Freudenschrei aus und griff danach. Sie haben es! Ich bin gerettet! Ich bin gerettet! Sie haben noch eine Schuld zu tilgen, Mr. Holder. Noch eine Schuld? Nennen Sie nur die Summe und ich werde sie bezahlen. Nein, nein, die Schuld betrifft nicht mich. Aber Sie schulden Ihrem Sohn eine demütige Bitte um Vergebung. Der noble junge Mann hat sich in dieser Sache so anständig verhalten, dass es mich, falls ich je einen Sohn bekommen sollte, bei diesem mit Stolz erfüllen würde. Also ist Arthur nicht der Dieb? Nein, das habe ich Ihnen ja schon gestern gesagt. Aber ich wiederhole es gern noch einmal. Sie sind sich sicher? Vollkommen sicher. Dann lassen Sie uns gleich zu ihm eilen, um ihm zu sagen, dass sich der wahre Sachverhalt herausgestellt hat. Er weiß bereits alles. Nachdem ich alles aufgeklärt hatte, suchte ich ihn auf. Da er auch mir gegenüber weiter schwieg, erzählte ich ihm den Hergang. Darauf konnte er nicht anders als alles zuzugeben und die wenigen Einzelheiten beizufügen, die mir noch nicht bekannt waren. Die Neuigkeiten, die Sie heute erfahren haben, öffnen ihm vielleicht vollends die Lippen. So sagen Sie mir um Himmels Willen, was ist die Lösung dieses unbegreiflichen Rätsels? Das werde ich. Aber zuerst sage ich Ihnen, welche Schritte ich unternommen habe, um zur Lösung zu gelangen. Vor allem lassen Sie mich Ihnen mitteilen, was für mich auszusprechen und für Sie zu hören am schmerzlichsten ist. Es hat eine Übereinkunft zwischen Sir George Barnwell und ihrer Nichte Mary gegeben. Sie sind nun zusammen geflohen. Meine Mary? Unmöglich! Es ist leider nicht nur möglich, es ist sicher. Nein. Weder Sie selbst noch Ihr Sohn kannten den wahren Charakter dieses Menschen, als Sie ihm in Ihrem häuslichen Kreis Aufnahme gewährten. Er ist eines der gefährlichsten Subjekte in ganz England. Ein heruntergekommener Spieler, ein übler Schurke. Ein Mensch ohne Herz und Gewissen. Ihre Nichte hatte keine Ahnung davon, dass es solche Menschen auf der Welt gibt. Als er ihr seine Liebe gestand, wie schon hundert anderen vor ihr, glaubte sie die Einzige zu sein, die sein Herz gerührt habe. Der Teufel mag wissen, wie er es anfing, aber er schaffte es, sie zu seinem willenlosen Werkzeug zu machen. Ich kann... Nein, ich... Ich will es nicht glauben. Nun, dann will ich Ihnen erzählen, was vorletzte Nacht in Ihrem Hause vorging. Als ihre Nichte annahm, sie hätten sich in ihr Zimmer zurückgezogen, schlüpfte sie hinunter und unterhielt sich mit ihrem Liebhaber durch das Fenster, das zu den Stellen hinausgeht. Seine Schuhe haben deutliche Abdrücke im Schnee hinterlassen. Sie erzählte ihm von dem Schmuck. Sofort erwachte seine Gier nach Reichtum und Gold. Ich zweifle nicht an Marys Verbundenheit zu Ihnen, Mr. Holder, aber es gibt Frauen, bei denen die Liebe zu einem Liebhaber alle anderen Neigungen unweigerlich auslöscht oder unterdrückt. Und zu diesem muss sie gehört haben. Sie hatte kaum seine Anweisungen vernommen, als sie die Treppe herunterkamen, worauf Mary das Fenster eiligst schloss und ihm die Geschichte von dem Dienstmädchen erzählte, das sich zu ihrem holzbeinigen Liebhaber hinausgeschlichen habe, die im Übrigen auch der Wahrheit entsprach, wie die Spuren bewiesen. Ihr Sohn begab sich nach der Unterredung mit ihnen zu Bett, konnte aber vor Sorgen wegen seiner Schulden im Club nicht schlafen. Mitten in der Nacht hörte er jemand an seiner Tür vorbeischleichen. Er stand auf, schaute hinaus und sah zu seiner größten Verwunderung Mary in ihrem Ankleidezimmer verschwinden. Rasch warf er ein paar Kleidungsstücke über und harrte im Dunkeln auf die weitere Entwicklung. Kurz darauf kam sie wieder aus dem Zimmer. Im Schein der Flurlampe sah ihr Sohn, dass sie das kostbare Schmuckstück in der Hand hatte. Sie ging die Treppe hinunter. Er sah, wie sie vorsichtig das Fenster aufmachte und das Schmuckstück jemandem herausreichte. Dann schloss sie das Fenster wieder und verschwand in ihr Zimmer. Solange sie auf dem Schauplatz war, konnte er nichts unternehmen. Aber sobald sie verschwunden war, eilte er hinab, öffnete das Fenster, sprang in den Schnee hinaus und rannte den Weg entlang. Deutlich erkannte er die dunkle Gestalt am Mondschein. Es war Sir George. Arthur holte ihn ein und rang mit ihm, wobei beide an dem Schmuckstück zerrten, ihr Sohn am einen Ende, sein Gegner am anderen. Auf einmal vernahm er ein metallisches Knacken, das er jedoch nicht sofort zuordnen konnte. Er verpasste Sir George einen heftigen Schlag, der ihn am Auge verletzte. Der Unwollt stürzte und ihr Sohn sah, dass er das Diadem noch in der Hand hielt. Er eilte ins Haus zurück und lief hinauf in ihr Ankleidezimmer. Dort bemerkte er, dass der Schmuck beim Handgemenge verbogen worden war. Als er noch versuchte, ihn wieder zurechtzubiegen, traten sie zur Türe herein. Ist es möglich? Nun brachten sie ihn in Wut, indem sie ihn aufs Heftigste beschimpften in einem Augenblick, wo er ihren wärmsten Dank verdient gehabt hätte. Den wahren Sachverhalt konnte er nicht enthüllen, ohne Mary zu verraten. Er wahrte ihr Geheimnis. Sogleich nach meinem Eintreffen ging ich sorgfältig um das Haus herum, um nach Spuren im Schnee zu suchen, die mir von wert sein könnten. Ich wusste, dass seit dem Abend zuvor kein Schnee mehr gefallen war, und dank des starken Frostes wurden die Eindrücke konserviert. Ich ging den Lieferantenweg entlang. Hier war jedoch alles zertrampelt und unkenntlich. Nur gerade oberhalb des Eingangs zur Küche hatte eine Frau bei einem Manne gestanden, der nach den runden Spuren des einen Fußes zu schließen ein hölzernes Bein trug. Ich dachte mir gleich, dass es das Dienstmädchen und ihr Liebhaber gewesen sein mussten, und meine weiteren Nachforschungen bestätigten dies auch. Auf dem Gang durch den Garten konnte ich zahlreiche durcheinanderlaufende Fußspuren erkennen, die ich den Polizeileuten zuschrieb. Als ich jedoch in das Stallgässchen kam, konnte ich die ganze Geschichte im Schnee lesen wie in einem offenen Buch. Es gab eine doppelte Reihe Spuren eines Mannes, der Stiefel getragen hatte. Und eine weitere Doppelreihe von Eindrücken, die von nackten Füßen eines anderen Mannes herrührten. Aufgrund ihrer Erzählung war ich augenblicklich überzeugt, dass dieser Mann ihr Sohn gewesen sein musste. Der erste Mann war den Pfad hinauf und herunter gegangen. Der zweite hingegen war gelaufen. Da seine Abdrücke bisweilen über denen des ersten Mannes lagen, war es eindeutig, dass er diesem gefolgt war. Ich ging den Spuren nach und erkannte, dass sie zu dem Fenster im Hausgang führten. Dort hatte Freund Stiefel eine Zeit lang gestanden. Dies konnte man daran erkennen, dass dort der Schnee völlig plattgetreten war. Dann fand ich eine Stelle, wo der Schnee aufgewühlt war, gerade so, als ob ein Kampf stattgefunden hätte. Vereinzelte Blutstropfen im Schnee bestätigten diese Vermutung. Der Mann mit den Schuhen war dann rasch davon gelaufen und eine zweite kleine Blutspur, die seinen Schritten folgte, zeigte mir, dass er der Verwundete war. Auf der Straße ließ ich die Spur nicht weiter verfolgen, da der Fußsteig inzwischen gesäubert worden war. Nach meiner Rückkehr ins Haus untersuchte ich, wie Sie sich erinnern werden, den Sims und den Rahmen des Gangfensters mit meinem Vergrößerungsglas. Ich konnte zugleich erkennen, dass dort jemand hinausgestiegen war. Auch sah ich die Umrisse eines nackten Fußes, den jemand beim Hereinsteigen aufgesetzt hatte. Nun konnte ich mir ein Bild von den Vorgängen machen. Ein Mann hatte vor dem Fenster gewartet, bis ihm jemand die Steine hinausbrachte. Ihr Sohn hatte die Tat mit angesehen, den Dieb verfolgt und mit diesem gerungen, wobei sie beide an dem Schmuckstück zogen und dieses so mit vereinter Kraft in einer Weise beschädigten, wie dies keinem von beiden allein möglich gewesen wäre. Sie erinnern sich, dass es mir allein unmöglich war, es zu verbiegen oder ein Stück herauszubrechen. Ihr Sohn brachte das Schmuckstück zwar an sich, musste aber ein Stück davon in den Händen seines Gegners lassen. Soweit war mir alles klar. Aber wer war dieser Mann und wer hatte ihm den Schmuck hinuntergebracht? Ja, wie kamen Sie auf Sir George? Ein alter Grundsatz von mir lautet, nachdem alles Unmögliche ausgeschlossen wurde, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch scheinen mag, die Wahrheit sein. Nun wusste ich, dass Sie den Schmuck nicht hinuntergebracht hatten. Demnach blieben nur noch Ihre Nichte und die Dienstmädchen übrig. Aber wenn es eines der Dienstmädchen war, warum hatte sich ihr Sohn an ihrer Stelle beschuldigen lassen? Dafür war kein vernünftiger Grund zu finden. Und als ich daran dachte, dass Marion Ohnmacht gefallen war, als sie den Schmuck in ihrer Hand erblickte, so wurde meine Vermutung zur Gewissheit. Aber wer konnte es sein, mit dem sie unter einer Decke steckte? Doch nur ein Geliebter. Ich wusste, dass sie wenig ausgingen und ihr Bekanntenkreis eher klein war. Aber zu diesem kleinen Kreis gehörte Sir George Burnwell. Sein Name war mir nicht unbekannt. Sein Ruf, was Beziehungen zu Frauen angeht, war nicht der beste, um es vorsichtig zu formulieren. Von ihm mussten die Stiefelspuren herrühren und in seinem Besitz mussten sich die fehlenden Steine befinden. Obwohl er von Arthur entdeckt worden war, durfte er sich in der Hoffnung wiegen, unbehelligt zu bleiben, denn der junge Mann konnte ja kein Wort sagen, ohne seine eigene Familie bloßzustellen. Ja, aber wie in drei Teufelsnamen sind nun Sie in den Besitz der Steine gelangt. Ich begab mich als Landstreicher verkleidet in Sir George's Wohnung, wo ich mit dessen Diener ins Gespräch kam. So erfuhr ich, dass ich seinen Herr den Abend vorher am Kopf verletzt hatte. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, so hatte ich diesen jetzt. Ich gab vor, Kleidung für wohltätige Zwecke zusammen, und so ergatterte ich ein paar alte Stiefel von Sir George. Diese nahm ich mit nach Stratham und überzeugte mich, dass sie in die Fußspuren passten. Dann waren Sie das? Der Strolchen abgerissener Kleidung, der gestern vor meinem Haus herumlungerte? Ganz recht. Nachdem ich meines Mannes sicher war, wechselte ich zu Hause die Kleider. Nun harrte meiner noch eine heikle Aufgabe, denn ich sah ein, dass, um Aufsehen zu vermeiden, keine Verfolgung der Sache stattfinden dürfe. Ich suchte ihn also auf. Zuerst leugnete er natürlich alles. Als ich ihm jedoch sämtliche Einzelheiten des Hergangs vorhielt, riss er plötzlich einen Totschläger von der Wand. Aber so etwas hatte ich natürlich geahnt und drückte ihm, ehe er zuschlug, eine Pistole an die Stirn. Nun wurde er etwas vernünftiger. Holmes! Ich erklärte ihm, wir seien bereit, ihm die Steine abzukaufen, und zwar für tausend Pfund das Stück. Diese Eröffnung entlockte ihm zum ersten Mal ein Zeichen des Bedauerns. Durch die Zusage, dass jede Verfolgung der Sache unterbleibe, brachte ich ihn bald soweit, auf den Handel einzugehen. Dann sprach ich noch bei ihrem Sohn vor, um ihm mitzuteilen, dass alles in Ordnung sei. Gegen zwei Uhr ging ich endlich in mein Bett. Nach einem Tagwerk, das gewiss an Schweres genannt werden darf. Einem Tagewerk, durch das Sie einen großen öffentlichen Skandal verhindert haben. Mir fehlen die Worte, um Ihnen meinen Dank auszudrücken. Ihr Scharfsinn übersteigt in der Tat alles, was ich je gehört habe. Aber jetzt muss ich zu meinem Jungen eilen, um Abbitte zu leisten für das Unrecht, das ich ihm angetan habe. Was die arme Mary betrifft, so tut es mir im Herzen weh, was Sie mir berichtet haben. Nicht einmal Sie mit Ihren unglaublichen Fähigkeiten werden mir aber sagen können, wo sie sich jetzt befindet. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie sich dort befindet, wo auch Sir George Barnwell ist. Und noch etwas können wir daher mit Bestimmtheit sagen. Welch große Sünden Sie auch immer begangen haben mag, Sie alle werden sehr bald mehr als nur hinlänglich bestraft werden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR